So, willkommen und herzlich, verdammt, ja moin, das nehmen wir auch, ne? Herzlich willkommen und willkommen zu meinem Kanal, die geht auch nicht, Kalle. Der guckt mich ganz irritiert an, die Katzen sind boten. Was macht der da? So. So, herzlich willkommen zu meinem Kanal. Da das letzte Unboxing-Video ziemlich gut angekommen ist, dachte ich mir, ich mache einfach noch eins, auch wenn ich danach gefragt habe. Es könnte sein, dass im Hintergrund ein paar kleine Geräusche passieren. Das liegt daran, dass ich vor kurzem eine Babykatze aufgenommen habe, die auf meiner Terrasse saß und meinte, hey, lass mich rein, ich bin Baby und verwahrlost. Und du akzeptierst mich jetzt. Kann auch sein, dass der Spinner ins Bild huscht. Der steht ja gerade schon neben der Kamera und guckt ganz komisch und skeptisch. Deswegen, macht euch keine Gedanken, wenn nebenbei mal solche Geräusche kommen. Geräusche. Mit J. Geräusche. Komm. Er ist circa nicht mal drei Monate alt und baut nur Scheiße, der Kleine. So. Das ist ein anderes Thema. Ich habe hier im Unboxing eine Box von der Firma Lootchest. Das ist eine Box für Gamer. Ich bin mal gespannt. Ich habe mir gedacht, weil mir ja keiner von euch irgendwas schicken möchte, irgendwie ein Paket mit viel Stuff drin, das ich auspacken kann und sagen kann, das ist aber schick. So. Da das keiner macht, muss ich mir selber helfen. Wäre mir jetzt nur cool gewesen, hätte ich vorbereitet und mir schon mal ein paar Sachen besorgt. Ne? So. Aber ihr wollt wahrscheinlich mehr. Wo sehen? Könnt ihr auch meinen Rechner sehen? Könnt ihr die Bilder am Hintergrund sehen? So. Ich bin ehrlich gesagt gespannt, weil in den Beschreibungen der Box hier standen viele lustige Dinge drin, was manche bekommen haben. Von über Minecraft Sachen, von League of Legends Sachen. Also eigentlich alles, was Gaming drin ist. Manche haben ein Kissen bekommen. Manche haben T-Shirts bekommen. Ich hoffe, die T-Shirts würden mir passen, weil ich glaube XL hat nicht jeder. Die Kiste wiegt ungefähr 1,9 Kilo. Ich bin gespannt. Die Katze macht schon wieder Augen auf meine Füße. Da seid ihr schon aufgeregt. Ich bin es ja schon ein bisschen. Kann sein, dass die Katze da ist. Da habt ihr gesehen, da habt ihr gesehen. Der kleine Tiger. Hui. So. Jetzt liegt er unterm Tisch. Die hat er aufgeregt. Ich bin hier spannend. Ich fühle irgendwas weiches. Das ist bestimmt ein Kissen. Ich habe mir nicht angeregt. Ich fühle es nur. Jeder hier. Ich fühle es nur. So, ich bin hier spannend. Packen wir es mal aus. Als allererstes steht hier ein Lieferschein. Ich weiß nicht, was drin ist und will es nicht sehen. So. Als allererstes haben wir hier ein Kissen. Oder ist das ein Fahrradkissen? Ich habe... Das sieht irgendwie aus wie so ein Fahrradkissen. Das steht ja nicht hier stehen. So, schieben wir die Box mal nach hinten. Fangen wir mal an mit dem Kissen. Was ist das für ein Kissen? Ist das Herr der Ringe? Oder was? Hier, guckt mal hin. Ist das Herr der Ringe? Assassin's Creed Ben, Alter. Das war es an dieser Stelle. Komplett. Herr der Ringe, sagt er. Junge, Junge, Junge. Ich habe nämlich ehrlich gesagt nur durch hier oben gesehen. Ich dachte, das wäre irgendein Monster. Aber da unten ist ja noch ein Schwert. Gut. Ein Kissen. Das kann ich für meinen Arsch benutzen. Dann ist mein Stuhl nicht mehr so hart. Endlich mal ein nützliches Gimmick. So, dann haben wir hier diverse Buttons bekommen. Von dem Spiel Destiny. Jetzt habe ich die gerade schön ineinander geschoben. Ey. Mach mal richtig hier, komm. So, von der Firma Destiny. Das hier. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich auch so extrem der Destiny-Typ bin. Und Button-Typ vor allen Dingen. Hier haben wir nochmal, ich halte es mal so hoch, ein Gutschein von der Firma Loot-Probe. Ach, deine Loot-Probe. Von der Firma Loot-Probe. Jeder kennt sie oft kopiert, selten erreicht. Dein Wow ist unsere Quest. Auch von der Firma Loot-Chess. Da kann ich mir die nächste Box mit 10% Rabatt bestellen. 10% Rabatt bestellen. Super. Machen wir mal weiter. Was ist das hier? Flashback. So ein... Wieder alles schön in Plastik eingepackt. Gerade beruhig dich. Wäre eine 5 Minuten. Hier steht Flashback. In so einer kleinen Box eingepackt. Die ich jetzt ausgepackt bekomme. Ach, wie geil. Ach, wie geil ist das denn bitte. Das ist eine kleine Mini-Flashback von... Wie heißt das Spiel? Counter-Strike. Und das ist sogar... Funktioniert jetzt. Es sollte mal ein Feuerzeug werden. Höchstwahrscheinlich. Ah, warte mal. Muss ich diesen komischen Stift hier rausziehen. Dann müssen wir noch herausfinden, wie das funktioniert. Oh, ich zeig's verbogen. Wie sinnfrei ist das denn bitte? Alle klar, ich kapariert wieder. Machen wir hier einen auf MacGyver. Dün, dün, dün. Oh, fuck. Ja, jetzt muss ich grobmotoriger hier das Ding wieder einfügen. Oh, das war falsch. So. Wie ihr seht, ein Stein ist auf jeden Fall drinne. Funktionieren tut's nicht. Aber finde ich sehr cool. Muss ich ehrlich gestehen. Das ist eines der geilsten Feuerzeuge, die ich bis jetzt gesehen habe. Ich glaube, das behalten wir. Find ich gut, find ich gut, find ich gut, find ich gut, find ich gut. So, was haben wir hier? N7 ist eine Trinkflasche, aber das ist ziemlich nach Eisen. Eine Trinkflasche, wo vielleicht, wenn es hochkommt, 250 Milliliter drin passen. Das ist ein Schluck. Nicht wahr, Kalle? Das ist ein Schluck. Ja, jetzt klappert's hier und du willst dir das angucken, ne? Auf jeden Fall, so sieht's aus. Finde ich auch ziemlich cool. Aus Eisen. Das Einzige, was hier plastikmäßig ist, ist das... Kalle, da ist die Kamera. Ach, bitte. Benimm dich. Und wenn du kommen willst, dann hier hast du Platz. So, ist das Plastik hier vorne, aber... Hey, immerhin aus dem Zeit, ne? So, jetzt stellen wir mal dahin. Da ist halt der Dicke. Was das ehrlich gesagt ist, weiß ich nicht. Das sind, glaube ich, diese komischen Ersatzsachen. Kalle, ich drehe hier, ich arbeite. Ich gebe ja nicht mal die Kamera um. Oh, dass die Katze nicht immer da durchquetschen muss, wo kein Platz ist. Jetzt Papa, die hinter der Kamera um. So, das... Ich muss ehrlich sagen, ich hab keine Ahnung, was das ist. Das wird wahrscheinlich irgendein Gaming-Fokus und Energy-Formular. Alles klar. Hätten wir das auch. So, dann kommt hier eine Uncharted-Figur. Von Playstation. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer das ist. Ja, jetzt könnt ihr mal schön meine Fresse in der Kamera sehen. Ähm... Jetzt haben wir hier noch, woraus sieht das effektiv aus, irgendein Bild. Ich habe keine Ahnung, wofür man das braucht. Aber da ist ein Schiffchen drauf. Wie auf meinem Arm. Also... Kann man machen. Kann man machen. Und das Allerschönste ist, das ist das letzte Ding. Also, das ist nicht das Schöne. Das ist irgendwie traurig. Ich hätte ganz gerne mehr gesehen. Aber das Schöne ist, das ist das letzte Produkt. Im Klartext heißt das, ich habe die 10 Minuten geknackt. Das heißt, ich kann Werbung draufpacken. Bitches! Wenn euch dieses Unboxing-Video gefallen hat, schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Ihr wisst, Daumen sind umsonst. Ihr könnt ja so viele auf YouTube verteilen, wie ihr wollt. Und auch Dislikes sind Likes. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob euch das gefallen hat oder nicht. Wenn nicht, ich habe die Schere. Ihr kommt zu euch vorbei, macht das nicht. Also, macht euch so. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn ihr noch mehr von diesem komischen Formular, also von dem hier sehen wollt, muss ja jetzt nicht speziell nur Gaming sein. Es gibt ja auf Amazon und Ebay genug andere Sachen, die man sich boxmäßig kaufen kann. Sehen wollt, sagt mal Bescheid. Ich würde auch, wenn ich genug Content habe, beziehungsweise genug Zuschauer habe, die sich diesen Dreck reinziehen, wie ich auf irgendwelche komischen Sachen reagiere, würde ich auch irgendwann kleine Giveaways machen. Ich verlinke euch mal den Verlinkungslink bei YouTube, wo ich die Box gekauft habe. Und würde spontan sagen, das war es an dieser Stelle. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr bis zum Ende durchgehalten habt, braucht ihr echt andere Hobbys. Und zu guter Letzt, da ist eine Katze. Da. Da. Seht ihr? Ihr seid ihr hüpft. Also, hey, ich habe Gaming, ich habe mich und ich habe eine Katze. Alles in einem Video. Ich sag mal so. Bis dahin, Leute. Ciao. 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 Ciao.